Oh, was machen wir denn hier? Schon Interview. Was haben sie denn? Oh, das ist ja ein Monster. Erschreckung! Oh, will mich fangen! Oh, pass auf! Wo fang ich hin? Oh, hast du mich gefangen? Glaub ich nicht. Bitte, lieber Roboter, kannst du mich wieder freilassen? Die anderen Roboter haben mich auch am Roboterplanet freigelassen. Deshalb bin ich wieder hier. Wollen wir zu unseren Raumschiffen gehen? Was hast denn du für Planeten hier gesehen? Sag mal, warst du am Planetenweg? Hier? Sind wir schwer den Berg hochgefahren, stimmt's? Und was hast du für Planeten gesehen? Sag mal, schau mal hier. Die Sonne! Richtig, und dann? Der Mond! Und den Merkur auch. Den Merkur auch. Sag Merkur. Aber laut sagen, Merkur. Der Merkur! Richtig, und was kam nach Merkur? Was kam dann? Hm? Die Venus. Die Venus. Die Venus kam. Die Venus. Oh, und worauf stehen wir? Was kam dann? Die Erde. Dann kam die Erde. Und da war auch der Mond, richtig? Der jeden Tag runterleuchtet zu uns. Richtig schon. Und was kam dann? Und was kam dann? Mars. 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 Der Mars. Der Mars, genau. Zeig mal, was hat denn der Mars für ein Zeichen überhaupt? Wie sieht denn das aus? So, nicht? Ja, genau. Ja, so. Weil du Monstern schon... Da renne ich lieber weg. Da renne ich lieber weg. Nein, 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 habe ich aber einen... Habe ich aber großen Schiss. Oh, sind wir einkaufen gewesen. Na, Gefangung schon wieder. Dankeschön. So, das sieht ja ganz gut aus, dein Raumstückchen. Ich will mir das noch mal. Aber Mama, wir brauchen dringend den Korb. Ja. Und was brauche ich, wenn ich hier so viel schleppe? Ja, na dringend den Anhänger, wenn ich schon ohne Auto fahre. Ja, habe ich mich abgeschleppt hier, stimmt's? Was hat denn der Papa gemacht? Dich hochgeschoben, den ganzen Berg, stimmt's? Die ganze Straße runter, Hochwittgensteinstraße. Au, 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 au. Ja, na ja. Ich habe zehn Kilo abgenommen. Dann tut es mir eh gut ein bisschen. Ja. Oh, du machst dir ein Herz. Dankeschön, auf Wiederschauen.